Abdelkarim, distanzieren Sie sich von dem Anschlag. Von welchem Anschlag? Sie wissen genau, von welchem Anschlag wir reden. Von dem vom 7. Januar. Der Anschlag mit den vielen Opfern oder der mit dem vielen Mitgefühl? Wie meinen Sie das? Am 7. Januar wurden im Jemen 34 Menschen in die Luft gesprengt. Dann meinen wir den mit dem vielen Mitgefühl. Distanzieren Sie sich von Paris? Ich komme aus Bielefeld, 700 Kilometer, reicht das? Wir meinen doch nicht geografisch, wir meinen mehr so menschlich. Aber warum ausgerechnet ich? Warum soll ich mich distanzieren? Naja, Sie sind halt... Ja? Da kommen Sie schon, Sie... Deutscher? Nein, Sie sind doch praktizierender... Komiker! Nein! Sie sind doch... Muslim! Ja, ich bin deutsch, muslimischer Komiker, ja? Sind Sie nicht eher ein komischer deutscher Muslim? Die Attentäter in Paris waren auch Muslime. Aber die Opfer waren auch Komiker. Ja, das gehört jetzt nicht hierher. Wir wollen nicht sagen, dass jeder Muslim ein Attentäter ist. Aber fast jeder Attentäter ist ein Muslim. Interessant, nicht? Der Polizist war auch Muslim. Und der Supermarktmitarbeiter, der die Juden gerettet hat, der war auch Muslim. Ja. Was haben denn diese edlen Taten jetzt mit dem Islam zu tun? Ja, war das überhaupt mit dem Koran vereinbart? Ja, ich weiß es nicht. Außerdem ist der Retter vom Supermarkt jetzt kein Muslim mehr, sondern Franzose. Wie ist das generell? Muss ich mich jetzt von jedem Attentat einzeln distanzieren oder geht das auch im Paket? Achso, das geht glaube ich auch im Paket? Ja, vielleicht alle paar Jahre auffrischen. Ja, wie beim Impfen. Haben Sie sich eigentlich schon vom IS distanziert? Also, weil jetzt irgendwelche Fanatiker meinen Glauben falsch interpretieren, um einen Terrorstaat zu gründen, muss ich mich distanzieren? Was ist mit euch eigentlich? Habt ihr euch schon von Breivik distanziert? Was? Breivik? Breivik ist selbseinander christlicher Kreuzritter und ihr seid doch Christen. Ich bin ja Atheist, Gott sei Dank. Aber Sie, Herr von Wagner, Sie sind doch Christ, oder? Ja, gemäßigt. Also, nein, also kein Kirchgänger in dem Sinne jetzt, also vielleicht einmal pro Weihnachten und diese Flohmärkte sind auch für die Kleinen sehr angenehm. Das ist eine schöne Geschichte, aber was ist mit den christlichen Fundamentalisten? In Amerika zum Beispiel wurden in den letzten Jahren vier Abtreibungsärzte ermordet. Ja, sicher, aber da wollten die ja Leben schützen. Ja, ja, ungeborenes Leben. Geborenes eher nicht. Ja, okay, also es gibt immer wieder, sagen wir mal, Einzeltäter, die psychisch krank sind, aber deswegen gibt es doch nicht irgendwelche christlichen Terrormilizen. Und was ist mit Coni? Ja, genau, Joseph Coni zieht mit seinen Banden seit 2006 durch Uganda, entführt Kinder, vergewaltigt Frauen, hat schon tausende von Menschen mit Machiten massakriert. Was hat denn das jetzt mit dem Christentum zu tun? Na ja, Coni will einen Gottesstaat errichten auf Grundlage der Zehn Gebote. Der ist Christ. Der ist Christianist. Sehen Sie bloß, weil ein paar Fanatiker meine Religion falsch auslegen, um einen Terrorstaat zu errichten, muss ich mich doch nicht distanzieren. Das habe ich schon mal gehört. Ach, und Sie? Haben Sie sich schon distanziert? Wovon sollte ich mich jetzt bitte distanzieren? Da denken Sie aber ganz scharf nach, Frau Säger. Ne. Ne, genau. Also ich soll mich jetzt von Pegida distanzieren, bloß weil ich zufällig in Sachsen geboren bin. Ihr seid doch Männer, bitte. Die schlimmsten Gräueltaten werden von Männern verübt und schon distanziert. Na ja, also bitte, also nur... Also bitte, bitte, Frau Säger. Also nur weil ein paar Millionen Männer auf dieser Welt töten, Brand scharzen... Morden, vergewaltigen... Keine Elternzeit nehmen... Oh ja, oh ja, oh ja. Also schau Sie, nur weil ein paar Fanatiker ihre Männlichkeit falsch ausleben, muss ich mich doch nicht von meinem Geschlecht distanzieren. Genau. Ihr seid doch Deutsche, oder? Ja. Habt ihr euch schon von den NSU-Morden distanziert? Herr Abdel, Sie sind doch auch Deutscher. Dann müssten Sie sich auch von der NSU distanzieren. Ach komm, das ist doch absurd, was wir hier machen. Ja, es ist absurd. Weil einzelne Verbrechen begehen, da stellen wir ganze Gruppen unter Generalverdacht. Das machen wir bei der Anstalt nicht. Hier wird niemand ausgerenzt, weder die Sachsen, noch die Muslime, noch die Männer, noch die Uthofs. Das ist unsere Antwort auf Paris. Verstehen Sie, der Islam gehört zu Deutschland und Abdelkarim gehört in die Anstalt. New Song! Abdelkarim! Und unsere Willkommenskultur, die feiern wir einfach dadurch, dass Sie, Frau Seuger, dieses Kopftuch tragen. Oh ne! Und was ist mit meinem Frauenrecht? Sehen Sie, es geht jetzt mal um ihn. Und Sie! Sie, Herr Südow, Sie verzichten einfach mal während der Sendung auf Alkohol und Pornografie. Die ganze Sendung? Aus Respekt vor den Frauen? Nein, aus Respekt vor dem Muslim. New Song Abdelkarim! Und sie ist wie genervt. Ach, 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 ach… Das ist das, das Kopf? Ach, ach! Zehn Sie!